Yo Leute, wie ihr es gerade an der Stimme hört, bin ich jetzt nicht Tim Jochem, sondern Marshmallow-Tom. Ich werde euch hier jetzt was zeigen, also Leute, liest euch oder hört das bis zum Ende durch. Ich würde sagen, hier blende ich euch das jetzt ein. Bis gleich. Hi, ich bin's, euer Tim. Auf diesem Kanal werden jetzt erstmal keine Livestreams und Videos mehr kommen, wegen privaten Gründen. Ich hoffe, ihr bleibt alle noch aktiv auf diesem Kanal. Euer Tim. Yo Leute, wie ihr es gerade gehört habt, was der Tim gerade gesagt hat, das sollte ich euch ausrichten, dass keine Livestreams oder Videos kommen. Vielleicht mache ich Livestreams oder Videos, aber das werde ich mit Tim abklären. Ich habe weiterhin noch mit ihm Kontakt. Ich kann auch, wenn ihr wollt, von ihm aus auch viele Grüße bestellen, von euch natürlich. Und da würde ich sagen, Leute, wie ihr es ja gerade mitbekommen habt, aber er wird euch bald in einem separaten Video sagen, wie es weitergeht. Also, auf jeden Fall wird er weiter YouTube machen, das kann ich euch versichern. Ich werde zwar nur seine Livestreams machen, also nicht wundern, falls er meine Stimme hört. Und da würde ich auch noch zum Schluss sagen, er würde sich gerne darüber freuen, wenn ihr ein Like und ein Naub da lassen könnt. Und von Tim aus viel Spaß noch auf diesem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.